Nicht um Glauben, sondern um Beweise, Herr Kollege. Das gebe ich gerne an Sie zurück, Frau Staatsanwälte. Tja, ich liefere Ihnen doch pausenlos welche. Hallo Norbert, kommen Sie mal in die Mitte, nehmen Sie bitte hier Platz und setzen sich hin. Was soll denn das jetzt bitte? Das ist meine Webcam-Brille mit integrierter Kamera. Ich dokumentiere alles live für meine Internet-Brille. Das setzen Sie jetzt mal ganz schnell wieder ab und vor allem dann schalten Sie diese Webcam aus. Die macht wunderbare HD-Bilder. Warum? Stört das nicht ab? Ja, von wegen stört ja keiner. Also erstens mal sieht es bescheuert aus und zum Zweiten sind Filmaufnahmen im Sitzungssaal grundsätzlich nicht erlaubt. Okay, schon gut. Also ausmachen, ja? Nicht nur absetzen, ausmachen. Hier wird nicht gefilmt. Wohl. So. Als Zeuge müssen Sie hier die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. 55 StPO, ich belese Sie. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Sie heißen Norbert Batzer, 17 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind ledig. Schüler, nicht verwandt oder verschwägt mit angeklagt. Mit der Giftmischerin, nie im Leben. Sind Sie ja Verteidiger? Ja, das bin ich. Und Sie verdächtigen echt mich? Ganz schön mutig. Also dazu kommen wir gleich noch jetzt zunächst erst mal zum Tattag. Es soll eben die Angeklagte gewesen sein, die Ihrem Stiefbruder da bei der Schulparty hochkonzentrierte Schwefelsäure ins Gesicht gekippt haben soll. Sie haben bei der polizeilichen Aussage gesagt, dass Sie an dem Tag bei einem Freund waren, um ihm eben dieses Teil da, diese Webcam-Bölle auszuprobieren. Das ist richtig. Also die hier, ich bin dann direkt nach Hause und hab sie eben auf der Straße gleich aufgelassen, um noch ein paar Testvideos zu shooten. Und bin dann unter anderem an Miras Haus vorbeigekommen und die hat auf dem Bürgersteig gestanden und gekehrt und wie verrückt mit dem Besen herumgefuchtelt. Also ich hab doch gesagt, dass ich an dem Abend noch draußen war zum Fegen. Und wie viel Uhr war das? So kurz nach sieben. Und Stefan, gerade ist mir der Schluss gemacht, so wie die sich aufgeführt hat. Das war natürlich für meine Webcam die perfekte Performance. Das haben sie auch mit dieser Böllen-Webcam da gefilmt. Die Polizei hat ja im Rahmen der Ermittlung dieses Video beschlagnahmt. Das ist folgender Beschluss, das Video wird abgespielt und damit in den Augenschein genommen. Na wen haben wir denn da, wenn das nicht die werte Freundin meines Stiefbruders ist? Hey Mia, was geht? Alles klar? Nein, es ist nicht alles klar. Dein Bruder ist das größte Arschloch der Welt. Oh, Wolken im Paradies. Hat er dich etwa sitzen gelassen? Okay, er hat dich sitzen gelassen. Das schreit nach einem Interview. Mia, wie fühlst du dich? Was möchtest du meinen Zuschauern von Nobby's News.de als erstes erzählen? Du kannst mich mal und dein Bruder auch. Er denkt wohl nur, weil er so super aussieht, kann er sich alles erlauben. Der hat mal so richtig eins auf die Schnauze verdient. Diesem arroganten Frecksack muss man es zeigen. Ganz ehrlich, so wie du dich aufführst, würde dir der Besen besser stehen, wenn du in dir zwischen die Beine klemmst und davon fliegst. Verzieh dich endlich! Okay, okay, schon gut, schon gut. So, so, diesem arroganten Drecksack sollte man es mal zeigen. Der hat so richtig eins auf die Schnauze verdient. Ganz schön harte Drohungen, die wieder aussprechen. Das habe ich in dem Moment nur so dahergesagt. Sie haben uns bisher weismachen wollen, dass Sie den ganzen Abend traurig und deprimiert waren. Davon kann ich aber hier auf dem Video überhaupt nichts erkennen. Ganz im Gegenteil. So wie Sie mit dem Besen rumgefuchtelt haben, musste Norbert doch befürchten, eins drübergezogen zu bekommen von Ihnen. Aber ich war traurig. Nur als Norbert so rumgestichelt hat, bin ich halt sauer geworden. Ich wollte ihn nur loswerden, deswegen war ich so aggressiv. Aber danach bin ich ins Haus und war total fertig. Was stellst du dich eigentlich so an? Jeder weiß doch, dass Stefan regelmäßig Frauen abzieht. Das war noch nie anders. Stefan war neu auf meiner Schule. Woher sollte ich das wissen? Das hatte sich noch nicht bis zu mir herumgesprochen. Das hättest du dir denken können, wie das Ganze ausgeht. Wahrscheinlich hast du es verdrängt, weil du ihn ja so wunderbar toll fandest. Spätestens, als er dich zu der Waldhütte gelockt hat, hättest du es dir denken können. Da hätten wir dir die Alarmglocken schon läuten müssen. Hast du ihm das erzählt? Da hat er nicht groß erzählen brauchen. Schließlich hat er ja einen Beweis für seine Kumpels gebraucht, dass er dich entjungfert hat. Was meinst du damit, er hat einen Beweis gebraucht? Es ging von Anfang an nur um diesen Tablet-PC. Da konnte Stefan ja nicht großartig behaupten, dass er einfach mit ihr geschlafen hat. Er hat ja einen Beweis gebraucht und er hat dann seine Freunde eben zur besagten Waldhütte geführt. Und die konnten dann von draußen wunderbar zusehen, wie die zwei drinnen zugange waren. Was? Das wäre jetzt nicht nötig gewesen, oder? Das also auch noch. Du hast es echt verdient, dass dir jemand diese Säure ins Gesicht geschüttet hat. Also ich kann verstehen, dass sie das jetzt wütend macht, wenn sie erfahren, dass da auch noch seine Freunde zugesehen haben. Und wenn Sie es hier vor allen Leuten erfahren müssen, aber so viel muss auch klar sein. Egal, was da war, solch einen Akt der Rache rechtfertigt das nie. Sie reden ja jetzt gerade so, als wenn Mia die Tat begangen hätte. Nein, ich will nicht behaupten, dass sie es begangen hat. Ich möchte nur, dass jeder hier versteht, dass Rache nicht der richtige Weg sein kann. Muss eigentlich auch klar sein. Jetzt kommen wir aber zurück zum Tatabend und zwar damit zu Ihnen. Haben Sie Mia nach der Begegnung vor Ihrem Haus nochmal gesehen an dem Abend? Später auf dem Schulfest. Ich bin dann kurz raus, um auf die Toilette zu gehen. Die Männertoilette war verstopft und ich habe Mia dann am anderen Ende des Schulhofs bei den Gesträuchern gesehen, bei Stefans Roller. Wann war das genau? Gegen fünf vor zwölf circa. Wie kommt es, wenn Sie doch angeblich den ganzen Abend traurig in Ihrem Zimmer gesessen sind? Ich war nicht auf dem Schulgelände. Ja, wen habe ich denn da sonst gesehen? Ganz ehrlich. Also hören Sie mal zu. Ich jedenfalls glaube mir, was zwingend bedeutet, dass Sie lügen. Und zwar, um von sich abzulenken. Das heißt, bitte von mir abzulenken geben. Sie und Stefan, Sie leben doch in einem gemeinsamen Haushalt, seitdem Ihre Mutter Stefans Vater geheiratet hat und der sie adoptiert hat. Da haben wir, darf ich vorstellen, auf der einen Seite Stefan, den allseits beliebten und umschwärmten Sunnyboy. Und auf der anderen Seite haben wir Sie, Norbert, den seltsamen, schrägen Internetnerd. Ich bin kein Nerd. Und was sagen Sie das Ganze hier? Ich sage mal, in der Zeit, als Mia mit Stefan zusammen war, da hat sie einiges aus ihrem gemeinsamen Alltagsleben da zu Hause mitbekommen. Unter anderem, dass Ihre Mutter Ihnen ständig Vorhaltungen gemacht hat. Sie sollten sich doch nicht so verstecken, sich so zurückziehen, sondern mal endlich kommunikativer werden. So wie der ganz tolle Stiefbruder von Ihnen. Ich sage Ihnen was, Mia hat Ihnen irgendwas erzählt, damit Sie besser dasteht. Und außerdem hat Stefan Sie aufgezogen, dass Sie, ich sage es mal so, der weniger Attraktive von beiden sind. Im Gegensatz zu Stefan, dem allseits beliebten Mädchen- und Schulschwam, nicht wahr? Wortwörtlich soll er mal zu Ihnen gesagt haben, also mit deinem Gesicht würde ich mich nicht mal im Dunkeln vor die Tür trauen. Das ist doch schon ein Grund und ein Sprichwort, sage ich mal, das Sie ziemlich wütend gemacht haben muss, oder? Hat Stefan mal so was zu Ihnen gesagt? Und wenn schon, das sind eh nur blöde Sprüche. Das sind nicht nur blöde Sprüche. So was verletzt einen. Aber jetzt mal ein ganz anderes Thema. Wie finden Sie eigentlich Saskia? Ganz okay, wieso? Sie finden Saskia nicht nur ganz okay. Sie finden Saskia ganz toll, ganz große Klasse. Und als Sie da an dem Abend auf der Schulparty mit ansehen mussten, wie sich Ihr geliebter Stiefbruder Stefan ausgerechnet an die von Ihnen umschwärmte Saskia ranmachte, sie anmachte, da haben Sie rot gesehen. Da hatten Sie dann beschlossen, Stefan das Gesicht zu verätzen, damit auch er endlich sich mit seinem Gesicht dann nur noch im Dunkeln vor die Tür trauen könnte. Verdammt nochmal, so war es nicht. Und woher sollte Norbert so plötzlich die Schwefelsäure zur Hand gehabt haben, wenn er sich denn angeblich so kurzfristig zur Tat entschlossen hat? Soll er sie in der Hosentasche mitgenommen haben, oder? Frau Staatsanwältin Norbert konnte durchaus mit seinem Fahrrad nach Hause fahren, sich die Schwefelsäure da aus dem Putzmittelvorrat seiner Mutter holen und dann wieder zurück zur Schulparty fahren. Das alles hätte nicht länger als 20 Minuten gedauert. Ey, Nobby ist zwar voll der Freak, aber sowas Krasses bringt er nicht. Ganz ehrlich, am Ende behaupten Sie noch, ich würde Amok an meiner Schule laufen oder sowas. Weiß ich ja nicht und ich bin kein Freak, ist das klar? Weiter fragen. Keine Frage. Dann nehmen Sie bitte da hinten bei Ihrem Bruder Platz. Antonia Osterhaus, der Zeugin bleibt unvereidigt. Hallo Antonia. Hallo. Nehmen Sie einfach mal hier vorne Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Antonia Osterhaus, Sie sind 16 Jahre alt, Sie wohnen in München. Sie sind ledig, Schülerin, nicht verwandt oder verschwägt mit der Angeklagten. Nein, aber sie ist meine beste Freundin. Nun wird allerdings Ihrer besten Freundin vorgeworfen, sie soll bei dieser Schulfeier am 30. September dem Stefan Batzer hochkonzentrierte Schwefelsäuer ins Gesicht geschüttet haben, als er da auf dem Weg zum Roller war. Also das kann ich nach wie vor nicht glauben. Laut Ihrer Aussage bei der Polizei waren Sie an dem Abend auch auf der Schulfeier. Ja, genau, also ich wollte erst mit mir dahin, aber dann so um neun hat sie mich angerufen. Sie war total fertig und aufgelöst, weil dieser Mistkerl, die davor abgeschossen hatte und so auf eine total miese Art. Gut, also die Beleidigung können wir uns trotzdem sparen. Hat sie denn dem Stefan gegenüber irgendwelche Drohungen ausgesprochen? Drohungen? Dafür war Mia viel zu fertig. Sie hat nur noch geweint und hat sich total beschissen gefühlt. Ich wollte erst zu ihr, aber sie wollte lieber alleine sein. Ja, ich wollte einfach niemanden sehen, mich nur noch vergriechen und am liebsten nie wieder rauskommen. Ich habe mir voll die Sorgen um Mia gemacht. Ich meine, ich habe ja mitbekommen, wie sehr sie in Stefan verknallt war. Ich bin dann allein zur Party hin. Ich konnte sie aber dazu überreden, dass sie die ganze Zeit in dem Online-Chat bleibt, damit ich ab und zu mit ihr schreiben kann. Hatten Sie da so ein internetfähiges Handy dabei? Genau, dank meiner Chat-App auf meinem Smartphone war ich den ganzen Abend dann online. Ich habe dann so ab und zu mit Mia geschrieben. Sie wollte natürlich ganz genau wissen, was Stefan auf der Party so getrieben hat. Ich habe ihr aber nicht alles geschrieben. Zum Beispiel, dass dieses Arschloch sich direkt an ein neues Mädchen herangemacht hat. Kann dir doch egal sein. Guck doch nicht so doof. Ich war doch wieder Single. Ich würde bitte hier gerne keine Kraftausdruck hören, keine Beleidigung. Okay, Entschuldigung. Okay. Wie lange hat denn Mia mit Ihnen geschrieben? Wie lange hat denn Mia mit Ihnen geschrieben? Den ganzen Abend lang. Und wie soll sie denn das bitte gemacht haben, wenn sie den ganzen Abend am PC saß? Und sie muss die Sachen von zu Hause geschrieben haben. Sie hat nämlich kein Smartphone mit Internet, sondern nur ein Prepaid-Handy. Die Polizei hat das ja ausgelesen und hat da diese Chat-Protokolle auch dann ausgedruckt. Die habe ich hier vorgelegt. Man kann hier genau sehen, also sie haben wirklich den ganzen Abend auch was sie geschrieben haben. Da stehen zwar keine Drohungen oder Ähnliches drin. Sag ich doch, weil sie auch den ganzen Abend zu Hause war. Ja, allerdings ist es so, dass die Mia ihre vorletzte Message an Sie um 23.40 Uhr geschrieben hat. Und dann um 0.15 Uhr die letzte Message an Sie. Ich glaube nicht. Da hat sie Ihnen eine gute Nacht gewünscht. Diese gut halbstündige Pause war ungewöhnlich lang zwischen diesen beiden Messages. Wenn man sich die Zeitabstände zwischen den anderen Nachrichten anschaut, die Sie sich beide an diesem Abend geschickt haben. Aber in so einem Chat ist es normal, dass mal größere oder kleinere Pausen entstehen. Die Tat wurde um 5.12 Uhr begangen. Das heißt, Sie hatten genug Zeit zwischen diesen beiden Nachrichten. Ihren PC zu verlassen, zu Fuß zum Tatort zu gehen, die Tat zu begehen und wieder zurück zum PC zu gehen und Ihrer Freundin Antonia um 0.15 Uhr die Gute-Nacht-Message zu schicken. Aber ich war die ganze Zeit am PC. Und warum haben Sie dann Ihrer Freundin zwischen 23.40 Uhr und 0.15 Uhr keine Nachricht geschickt? Es gab halt gerade nichts zu schreiben. Mia, das halte ich für einen ausgesprochenen Schmerz. Ich weiß aber ganz genau, dass Mia die ganze Zeit zu Hause war. Wie können Sie das denn so genau wissen? Also, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Aber bei dem Chat ist es so, dass man auf einer linken Leiste die Namen sieht von den Personen, die online sind. Und neben den Namen leuchtet dann ein grüner Punkt, wenn die Person online ist. Und wenn man länger nichts auf dem Chat schreibt oder generell nichts auf der Tastatur drückt, dann wechselt der Punkt die Farbe von grün auf gelb. Ja, genau, damit auch die anderen Teilnehmer wissen, falls man mal gerade nicht da ist, obwohl man eigentlich online ist. Und bei Mia war der Punkt die ganze Zeit grün. Also selbst wenn sie vielleicht gerade nichts geschrieben hat, war sie aber die ganze Zeit online und hat halt was anderes getippt. Ja, haben Sie was anderes in der Zeit auf dem PC getippt? Ja, für die Schule. Ach, für die Schule. Weil ja auch gar zu viele Klausuren waren. Ich habe halt für mein Bio-Referat gemacht. Ich wollte mich ablenken. Ja. Dafür gibt es nur leider keinen Beweis. Und ich glaube ganz ehrlich, dass Sie das mit dem grünen Punkt doch nur erfunden haben, hier um Ihrer Freundin zu helfen. Ich lüge nicht. Ich weiß ganz genau, dass der Punkt die ganze Zeit grün war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie die ganze Zeit auf das Display Ihres Handys geguckt haben. Oder? Ich meine, Sie waren doch auf der Party. Da haben Sie doch mit Sicherheit was Besseres zu tun gehabt, als auf Ihr Display zu gucken. Entschuldigung, was machen Sie denn jetzt da schon wieder? Äh, ich teste nur was. Wieso? Sie geben mir jetzt mal dieses Teil für den Rest der Verhandlung. Ich schalte es ja schon aus, kein Stress. Nein, ich bin das leid. Geben Sie mir es, bringen Sie es mal so, dass Sie das Elofen abnehmen. Sie bekommen es nach der Verhandlung wieder. Sie bekommen richtig Stress, sonst nämlich. Mensch, wie im Kindergarten. Aber vorsichtig damit umgehen. Es war teuer und es ist sehr empfindlich. Ich passe schon auf, wie im Kindergarten. Moment. Zeigen Sie mir mal die Hand nochmal. Was haben Sie denn da? Da habe ich mir wohl Wasser drüber geschüttet, dass ich acht war oder so. Echt? Ich habe mir nie erzählt. Wieso? Auch so interessant ist die Story ja nicht. Und vor allem, ich weiß auch nicht so viel über dein Leben, bevor dein Vater meine Mutter kennengelernt hat. Ehrlich gesagt, interessiert es mich auch nicht. Also mir kommt das Ganze ein bisschen seltsam vor, vor allem wenn ich es mit Ihrem Video von eben vergleiche. Was soll das jetzt? Ja, das zeige ich Ihnen gleich. So geht der Beschluss, das Video wird nochmal in Augenschein genommen. Setz dich ruhig währenddessen da auf die Zeugenbank. Beziehungsweise Sie kommen direkt mal nach vorne. Oder gibt es noch Fragen an die Andro? Ich habe keine mehr. Keine, danke. Danke, dann dürfen Sie hin platzieren. Und Sie setzen sich nochmal vorne auf den Zeugenstuhl. Also, dann schauen wir uns das nochmal an. Kann mir jetzt mal jemand erklären, was das soll? Ich möchte mir das Video nochmal ansehen, weil mir da was aufgefallen ist. Das Video, das Sie ja kurz vor der Tat gefilmt haben, haben Sie ja mir beim Fegen gefilmt. Jetzt schauen Sie da mal auf die Hand. Wie fällt Ihnen da was auf? Nein, was soll das sein? Eben, genau das fällt mir auch auf, dass da nichts ist. Dass da keine Narbe ist zwischen Daumen und Zeigefinger. Und wie kommt das, wenn Sie sich diese Narbe angeblich als Achtjähriger zugefügt haben? Vielleicht ist da die Auflösung der Qualität, die Kamera nicht so gut? Entschuldigung, das ist doch Quatsch. Die Auflösung ist gut genug. Man sieht ja die ganzen Handlinien super genauso gar. Sie haben doch selber gesagt vorhin, dass das eine hohe Qualität habe. Ja, die Sache liegt doch klar auf der Hand. Sie haben Ihrem Stiefbruder die Säure ins Gesicht geschüttet und sich dabei wahrscheinlich versehentlich mit der Schwefelsäure verätzt. Und deshalb haben Sie jetzt diese Narbe. Geht's noch? Ich habe nichts gemacht. Doch, das haben Sie. Sie haben sich an Ihrem Stiefbruder gerecht. Da fällt mir was ein. Kurz nach der Säurengeschichte habe ich dich auch noch auf einer anderen Party gesehen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du dein dickes Pflaster an der Hand hattest. Das stimmt nicht. Oder hast du mich in letzter Zeit mit dem Pflaster rumrösten sehen? Ganz im Ernst. Bei deiner Akne, ja, da ist die ganze Haut doch sowieso so verkrustet und vernarbt. Glaubst du, da fällt mir ein Pflaster mehr oder weniger auf? Aber was ich nicht ganz schicke, ist, warum erzählst du irgendwas von wegen hier mit Wasser verbrannt und wenn's überhaupt nicht stimmt? Ja, weil es war es, verdammt. Das glaubt Ihnen aber jetzt keiner mehr. So seltsam, wie Sie sich hier verhalten. Also, wenn die Geschichte mit dem heißen Wasser im Alter von acht stimmt, dann kann Ihre Mutter das doch sicher bestätigen. Also, ich meine, ich kann die Verhandlung ohne weiteres jetzt mal unterbrechen und sie als Zeugin laden. Nein, bitte nicht meine Mutter. Die fängt doch dann eh nur wieder an mit. Norbert, nimm dir ein Beispiel an deinem Bruder Stefan. Der kann dies, der kann jenes und du kannst gar nichts. Du kriegst nichts auf die Reihe. Sagt Ihre Mutter solche Dinge öfter? Ja, eigentlich dauernd. Stefan kann dies, Stefan kann das. Stefan ist der supertolle... Ja, was kann ich denn dafür, wenn ich so ein Player bin? Der kann gar nichts. Sie haben jetzt mal Sendepause da hinten, ja? Und wie fühlt man sich da? Zurückgesetzt? Ja. Und am Tatabend? Haben Sie sich da auch zurückgesetzt gefühlt? Sehr sogar. Stefan hat dann wieder angefangen rumzupralen, wie er Mia verarscht hat und war dann voll der Star deswegen. Die Sache war mir eigentlich wurscht, aber dann hat er halt angefangen, sich an Saskia ran zu machen. Saskia? Was für eine Saskia? Schau mal, du weißt doch gar nicht mehr, wer sie ist, weil du dich alle Mädchen gleich abhackst, verdammt. Das heißt also, diese Saskia hat Ihnen doch viel bedeutet, oder? Ja, sehr viel sogar. Stefan ist dann mal kurz raus auf die Toilette und dann habe ich ihn halt abgefangen und ihn gebeten. Die Finger von Saskia zu lassen und dann hat er natürlich wieder angefangen, mich abzuweisen und hat halt wieder gesagt, Kraterfresse, verpiss dich, geh zurück in dein Erdloch, aus dem du gekrochen bist. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, die muss richtig voll gewesen sein. Und was haben Sie da auf die Sprüche hingemacht? Ich bin nach Hause gefahren und habe die Säure geholt und bin damit zurück zum Schulfest. Die Mitte? Was hast du gemacht? Ich weiste, dass meine Mutter in ihrem Putzmittelvorrat eine genau solche Schwefelsäure hat für hartnäckigen Schmutz, um den zu entfernen. Und ich bin heimgeradelt, habe ihn geholt und bin damit zurück zum Schulfest und habe ihn Stefan ins Gesicht geschlagen. Lass du einen Arsch auf, oder was? Guck mich mal an! Du solltest auch mal sehen, wie es ist, als Kraterfresse rumlaufen zu müssen. Weißen Sie, man muss Ihren Bruder ja nicht unbedingt mögen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der öfter so Dinge vom Stapel lässt, bei denen dann irgendwann es maßvoll ist. Ja? Aber Entschuldigung, das kann doch nie Anlass für so eine Aktion sein. Schauen Sie sich die Bilder mal an. Nie kann es Anlass sein für solch eine Art von Rache, oder? Ganz ehrlich, wäre es der Typ egal. Ja, vielen Dank auch! Jetzt beruhigen Sie sich mal, bitte, so gut es geht. Fragen noch? Keine Frage. Keine Frage, danke. Dann bleiben Sie unverreitig, nehmen bitte hinten Platz. Also auf den Berichter-Jungengerichtshilfe können wir dann aus meiner Sicht verzichten. Danke, Frau Kramer-Dotzen, für Ihr Kommen. Auch aus dem Bundeszentralgister, Erziehungsregister, Ausdruck der Angeklagten, können wir aus meiner Sicht verzichten. Ja. Wenn dem so ist, wenn keine weiteren Anträge mehr gestellt werden, dann schließe ich die Beweisaufnahme vor, Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, für Teenager ist vieles ätzend. Angefangen von den Erwachsenen, was im Fall von Norbert Batzers Mutter anscheinend tatsächlich gerechtfertigt zu sein scheint, bis über die harten und fiesen Sprüche der Mitschüler und Geschwister. Und dann aber auch zuletzt der innere und äußere wachsende Leistungsdruck bei totalem hormonellen Gefühlschaos. Richtig ätzend waren die Sprüche und Verhaltensweisen von Stefan Batzer, seinem Stiefbruder gegenüber, und besonders ätzend dessen Racheaktion darauf. Das muss man sich schon mal geben, ja. Einem gut, durchaus eitel wirkenden Menschen, der aber wahrscheinlich einfach nur noch nicht ausgereift ist, das Leben dauerhaft versauern zu wollen und verderben zu wollen, indem man sein Gesicht entstellt. Das ist wirklich richtig brutal. Für heute beantrage ich Freispruch. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, ein echtes Drama hat sich da zwischen zwei ungleichen Stiefbrüdern abgespielt. Auf der einen Seite Norbert, der etwas seltsame, etwas verquere Nerd. Und auf der anderen Seite Stefan, der von Norbert so gehasste, eben weil so beliebte Mädchenschwarm, der meint, dass er praktisch jedes Mädchen haben kann, es auch kriegt und deswegen doch auf ein ziemlich charakterloses Verhalten gekommen ist. Das soll jetzt aber, Stefan, nicht die schlimmen Verletzungen schmälern und in Frage stellen, die Ihr Stiefbruder da Ihnen zugefügt hat. Ich finde das ohne Frage eine ganz schreckliche Tat, die hier von Norbert begangen worden ist. Und da komme ich jetzt zu meiner Mandantin, zu Mia. Und Frau Kramer, Sie haben zwar gerade keinen Jugendgerichtshilfebericht für meine Mandantin abgeben müssen, wofür ich dankbar bin und froh bin. Aber Sie haben ganz zu Beginn der Verhandlung etwas ganz Wichtiges gesagt. Sie haben uns hier berichtet, dass meine Mandantin regelrecht isoliert war. Dass sie von Nachbarskindern mit Steinen beworfen wurde. Dass die dann gerufen haben, hau ab, du Hexe. Meine Mandantin hat hier wirklich Schreckliches durchgemacht dafür, dass sie hier zu Unrecht mit diesen schlimmen Vorwürfen konfrontiert gewesen ist. Und das möchte ich doch auch nochmal ganz deutlich in Erinnerung rufen. Sie hat hier wirklich enorm viel durchgemacht. Und ich bin froh, dass jetzt ganz klar durch das Geständnis von Norbert Ihre Unschuld erwiesen ist. Ich beantrage für Sie natürlich Freispruch. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Mia, Sie haben beide Anträge nun gehört. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben auch das letzte Wort, vor wir das Urteil sprechen. Nein, danke. Ich möchte nichts mehr sagen. Nachdem Sie ja noch keine 18 Jahre alt sind, hat auch Ihre Mutter als Erziehungsberechtigte noch die Möglichkeit hier zu einem letzten Wort. Frau Roth, wollen Sie noch was sagen? Nein, ich bin einfach nur glücklich. Gut, dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Die Angeklagte Mia Roth wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und der notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, Norbert. Der Umgang Ihres Stiefbruders mit seinen Mitmenschen, mit Mädchen vor allem, der mag menschenverachtend sein. Mit Schüler in tiefe Depression stürzen, für den eigenen Spaß, kein Problem. Mädchen und vor allem Mädchen, das ihn wirklich liebt, erst entjungfern und dann enttäuschen für eine Wette, kein Problem für ihn. Alle spüren lassen, wie toll er ist und wie klein und verachtenswert alle anderen aus seiner Sicht, überhaupt kein Problem. Auf den Gefühlen an da rumtrampeln, auf den Schwächen herumreiten und damit das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl seiner Mitmenschen ganz kleinreden, überhaupt kein Problem für ihn. Aber trotzdem, Norbert, bin ich echt erschüttert. Erschüttert über diese Tat, aber eigentlich auch erschüttert über Ihr Geständnis. Wie gelassen, ja, wie aufgeräumt und ungerührt Sie das alles hier schildern. Das gibt ein ganz diffuses Bild, welche chemischen Reaktionen eigentlich da in Ihnen stattfinden. Einerseits hat er sie zum Kochen gebracht und dann aber braucht es noch eine absolute Gefühlskälte, heimzufahren, Schwefelsäuer zu holen und ihm das Gesicht zu vernarren. Das ist eine ganz seltsame Kombination, dieser überkochende Hass beim Tatentschluss und dann diese Kälte bei der Ausführung und auch bei der Schilderung hier und heute. Lebenslange Folgen hat Ihr Bruder, Ihr Stiefbruder im Gesicht. Es wird nicht leicht sein für ein Gericht, da die richtige Antwort darauf zu finden. Ja, viel leichter fällt es mir bei Ihnen, Mia. Freispruch, ganz klar, ganz einfach, große Erleichterung in Ihrem Gesicht. Ich denke mal, große Erleichterung, dass zwischen Ihnen und Ihrem Umfeld jetzt die Chemie wieder stimmen wird, dass alle Sie wieder gern haben können. Aber natürlich bleibt die Enttäuschung, die Enttäuschung benutzt worden zu sein. Und es wird auch in Zukunft ein Misstrauen bleiben, wenn Sie mal wieder dabei sind, Gefühle von den anderen Jungen zu entwickeln. Was kann ich Ihnen da groß mitgeben? Ich würde Ihnen gern Folgendes mitgeben. Nicht alle Männer sind Schweine. Manche sind auch ganz liebenswerte und liebenswürdige Ferkelchen. Für heute ist die Hauptfahndung geschlossen. Norbert Batzer wurde wegen schwerer Körperverletzung, falscher Verdächtigung und unheitlicher Falschaussage zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017